Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass sich die US-Wirtschaft abkühlt und eine Rezession immer wahrscheinlicher wird. Und auch die ersten Zinssenkungen von Seiten der FED stehen an. Hier wird es spannend, ob die FED um 0,25 Prozentpunkte senken wird oder gleich um 0,5 Prozentpunkte. Was das für Auswirkungen auf den Aktienmarkt hat, das gucken wir uns in diesem Video an. Wie im Intro schon angesprochen, befinden wir uns gerade in einer wirklich sehr spannenden wirtschaftlichen Phase, wo es immer mehr Anzeichen gibt. Diese werde ich auch in diesem Video zeigen, dass die USA langsam wirtschaftliche Probleme bekommen könnte. Und die FED sagt auch ganz offen, dass Zinssenkungen anstehen. Und was das historisch für die Märkte bedeutet hat und auch welche drei Szenarien es jetzt gibt, das möchte ich mir mit euch in diesem Video angucken. Wir starten hier einmal mit dem Punkt fallende Zinsen. Was bedeutet das historisch gesehen für den Aktienmarkt? Wichtig ist, dass man erstmal klären muss die Frage, warum werden die Zinsen gesenkt? Weil das ist ganz, ganz wichtig für den historischen Kontext. Denn es gibt verschiedene Szenarien, die halt eintreten können. Das erste Szenario ist das sogenannte Soft Lending, von dem man auch oft etwas hört. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben eine Inflation, die sich stabilisiert. Beziehungsweise normalisiert. Ich meine, wir kommen jetzt ja wieder aus so einer Zeit, wo wir jetzt ein, zwei Jahre wirklich hohe Inflationsraten hatten. Sowohl in Europa als auch in den USA. Und die Inflation ist auch schon wieder gut rückläufig. Aber sie ist immer noch nicht da, wo sie sein soll. In dem Bereich von zwei Prozent oder sogar im Optimalfall etwas da drunter. Also diese Range zwischen null Prozent und zwei Prozent. Das ist das, was von der FED und auch von der EZB immer angestrebt wird. Und im Soft Lending-Szenario haben wir genau das erreicht. Also wir haben eine Inflation, die unter Kontrolle ist. Die Wirtschaft läuft stabil. Bedeutet, wir haben immer noch Bruttoinlandsproduktsteigerungen. Und dann werden die Zinsen gesenkt. Dieses Szenario, das wäre ziemlich optimistisch und ziemlich gut für den Aktienmarkt. Warum? Weil wenn die Zinsen gesenkt werden, erhöht sich die Geldmenge. Es gibt wieder mehr Nachfrage für Güter. Bedeutet, die Wirtschaft wird zusätzlich angekurbelt. Und auch die Geldmenge insgesamt ist höher. Bedeutet, dass auch mehr Geld am Aktienmarkt investiert wird. Und ich meine, die Wirtschaft läuft ja stabil. Also in diesem Szenario kann man davon ausgehen, wenn das so eintritt, dass es sich wirklich sehr positiv für den Aktienmarkt auswirken dürfte, wenn die Zinsen gesenkt werden. Dann gibt es aber das zweite Szenario. Und das ist das sogenannte Hard Lending. Was bedeutet das? Die Wirtschaft rutscht in eine Rezession. Und als Folge darauf werden dann die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und hier sieht es ganz anders aus. Also hier ist das Ganze nicht mehr so positiv für den Aktienmarkt. Weil was kam zuerst? Also erst kommt die Rezession und dann kommen die Zinssenkungen. Und jetzt muss man halt einfach wissen, was passiert dann in einer Rezession? Die Unternehmensgewinne von den Aktiengesellschaften brechen ein. Und wenn die Unternehmensgewinne einbrechen, dann brechen auch die Aktienkurse ein. Und dann kommt als Folge darauf, dass dann die FED sagt, okay, jetzt müssen wir die Zinsen senken, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Aber das kommt dann halt schon zu spät. Da sind die Unternehmensgewinne schon eingebrochen oder geschwächt zumindest. Und die Aktienkurse sind dementsprechend auch geschwächt. Langfristig helfen, na klar, wieder die Zinssenkungen, um sowohl die Wirtschaft anzukurbeln und auch den Aktienmarkt wieder nach oben zu treiben. Aber hier ist wirklich ganz wichtig, immer zu klären, was kam denn zuerst? Wenn erst die Rezession gekommen ist, dann die Zinssenkung folgt, dann ist es schlecht. Wenn aber die Wirtschaft an sich in einer normalen Wirtschaftssituation sich befindet, wie im Softlanding, also alles ist stabil und dann werden die Zinsen gesenkt, ist es eher positiv. Und dann gibt es noch das dritte Szenario, was auch so mit ein bisschen der Worst Case wäre. Das ist die sogenannte Stagflation. Bedeutet, die Inflation ist hoch, also sie geht vielleicht auch mal ein Stückchen höher und dann kommt eine Rezession. Das wäre wirklich nicht gut, weil was passiert dann? Dann kann die Rezession sich wirklich voll entfalten, ohne dass die FED oder die EZB halt wirklich irgendwelche Mittel haben, so eine Rezession zu stoppen. Weil halt eben auf der anderen Seite halt auch die Inflation gebändigt werden muss. Und wenn man da jetzt die Zinsen dann zu schnell senken würde, dann würde man ja auch wieder die Inflation ankurbeln. Das ist halt eben dieses Problem einer Stagflation. Es sieht jetzt gerade schon so an sich erstmal ganz gut aus, dass sich die Inflation stabilisiert hat. Aber ein gewisses Restrisiko besteht immer noch. Und was ist jetzt hier dran so schlimm an diesem Szenario? Ja, dass halt eben die Zentralbanken nicht so viel Spielraum haben, eine Rezession entgegenzuwirken. Weil wenn wir jetzt so in Abschwung kommen und die Zinsen können nicht gesenkt werden, die Geldmenge kann nicht erhöht werden, dann kann sich diese Rezession halt eben voll entfalten und sie dürfte auch stärker ausfallen, als wir das in der Historie so gesehen haben. Weil in der Historie haben ja ganz normal die Zentralbanken dann immer die Zinsen gesenkt. Gucken wir uns das jetzt auch mal hier im S&P 500 an, was dann Zinssenkungen in der Historie bedeutet haben. Dafür habt ihr oben hier einmal in Kerzenform eingeblendet den S&P 500 und unten drunter habt ihr hier so eine Linie, die die FED Fundrate immer anzeigt, also den FED Zinssatz, der dann gerade zu dem Zeitpunkt halt gegeben war. Und da seht ihr zum Zeitraum hier 2000, 2001 herum, da sind die Zinsen stark gesenkt worden. Und ich habe das hier mit einem grünen Pfeil markiert. Ihr seht auch in diesem Zusammenhang ist halt eben auch der S&P 500 eingebrochen um 47%. Das war die Dotcom-Blase, wo wir dann halt auch in eine Rezession gerutscht sind. Und dementsprechend hier trifft dann wieder dieses Hard-Landing-Szenario zu. Erst kam die Rezession und dann wurden die Zinsen gesenkt. Dann das nächste Szenario, ihr seht es hier so Ende 2007, Anfang 2008 herum, Zinsen wurden gesenkt. Was ist im S&P 500 passiert? Der S&P 500 ist um 56% gefallen. Das war die große Weltwirtschaftskrise. Also hier hört man es wieder raus, wir hatten halt eine Rezession und infolgedessen wurden die Zinsen gesenkt. Dann das nächste Szenario hier, 2020, da wurden auch die Zinsen gesenkt. Und was ist passiert? Die Aktienkurse sind um 35% eingebrochen. Das war halt eben der Corona-Crash, wo wir auch wirtschaftliche Probleme hatten. Und jetzt gibt es hier nochmal eine Ausnahme. Dann hatten wir den Russland-Ukraine-Konflikt. Da sind die Zinsen gestiegen und der Aktienmarkt ist gefallen. Was so erstmal ja untypisch ist. Aber warum war das so? Weil wir hohe Inflationsprobleme hatten. Die Rezessionssorgen waren groß. Es gab diese Kriegsangst, die wir hatten. All das hat halt einfach dieses Marktsegment sehr gedrückt. Und so sind halt auch die Bewertungen gefallen. Zudem sind die Zinsen so stark gestiegen wie noch nie in der Historie. Was na klar auch Druck auf den Aktienmarkt ausüben kann. Weil auf einmal auch Anleihen wieder eine spannende Alternative werden. Und so das Geld auch eher in den festverzinslichen Bereich abwandert. Und nicht nur in dem Risiko behafteten Aktienanlagen bleibt. So, also ihr seht es. Historisch gesehen hat man auf jeden Fall eine Korrelation von fallenden Zinsen und fallenden Aktienmarktbewertungen. Also das sollte man auf jeden Fall wissen. Weil man hört es oft, dass Zinssenkungen was total Gutes für den Aktienmarkt sind. Weil nur die Geldmenge sich erhöht. Aber man muss das immer wirklich, wie ich es hier auch beschrieben habe, im Kontext sehen. Jetzt gucken wir uns an, was spricht denn dafür, dass wir in eine Rezession rutschen. Man bekommt das ja auch in den Medien immer mehr mit. Und schon lange wird davon gesprochen. Schon so seit dem Jahr 2022, 2023. Da sind die Rezessionsängste immer größer geworden. Dadurch, dass die Zinsen halt so schnell angehoben wurden, wie noch nie in Astorie. Und jetzt gab es zuletzt auch einen Indikator. Das ist die SAM Rule. Und auch die hat ausgeschlagen. Und da haben dann auch gleich viele Medien berichtet, dass diese SAM Rule jetzt halt gerade greift. Und das ist halt ein Indikator, der eine sehr hohe Trefferquote hat. Und immer in ein paar Monaten voraus schon eine Rezession vorhersagt. Seit 1960 hat er bis jetzt elfmal ausgeschlagen, dieser Indikator. Und bei neun von diesen elf Fällen gab es im Nachgang dann tatsächlich auch eine Rezession. Nur im Jahr 1970 und im Jahr 2022 hat das Ganze nicht funktioniert. In allen anderen Jahren gab es tatsächlich eine Rezession. Und jetzt gab es zuletzt halt wieder einen Ausschlag. Also das ist schon mal so ein erster Punkt, wo viele hellhörig geworden sind. Oh, könnte da jetzt vielleicht was in den USA passieren? Was spricht auch dafür? Schon länger haben wir ein gestörtes Verhältnis, was so die 10-Jahres-Renditen angeht, im Verhältnis zu den 2-Jahres-Renditen. Im Normalfall ist es nämlich so, dass die langfristigen Renditen höher sind als die kurzfristigen Renditen. Jetzt hatten wir aber eine lange Zeit, ein umgekehrtes Szenario, dass die kurzlaufenden Renditen höher waren als die langlaufenden. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht richtig läuft. Warum ist das so? Weil die kurzfristigen Risiken höher eingeschätzt werden als die langfristigen Risiken. Also die Mehrheit der Marktteilnehmer geht scheinbar davon aus, dass wir halt gerade ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld haben. Man nennt das Ganze, es ist eine inverse Zinskurve. Und auch das ist so ein Leading-Indikator, der halt oft eine Rezession voraussagt. Aber das kann oft lange dauern. Also das hatten wir schon jetzt seit 2022, 2023 immer wieder, dass wir so eine inverse Zinsstrukturkurve hatten. Und die Rezession wartet immer noch, lässt immer noch auf sich warten. Also da muss man wirklich sagen, das ist so, wenn das kommt, das ist erstmal so ein Frühwarn-Indikator. Das heißt aber nicht, dass es jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten krachen muss. Nein, das kann auch noch sich in die Zukunft verlagern. Aber es ist immerhin so ein kleines Alarmzeichen, dass man weiß, irgendwas läuft nicht ganz rund in der Wirtschaft. Warum ist das so? Man hat halt einfach eine verminderte Kreditaufnahme, wenn die Zinsen im kurzfristigen Bereich hoch sind, weil halt eben Geld teuer ist. Und das dürfte langfristig dann halt zu wirtschaftlichen Problemen sorgen, wenn halt zum Beispiel einfach Investitionen deswegen nicht getätigt werden, weil zum Beispiel ein Hauskauf zu teuer geworden ist oder auch ein Auto zu finanzieren wird zu teuer oder was auch immer man sonst finanzieren möchte. Die historische Korrelation ist auf jeden Fall auch gegeben. Eine inverse Zinsstruktur hatten wir zum Beispiel auch vor der Dotcom-Blase und auch im Jahr 2008 vor der Weltwirtschaftskrise. Also das war da auch so ein Frühindikator, der gut funktioniert hat. Ein weiterer Grund, auf den gerade auch vermehrt die Marktteilnehmer gucken und auch die FED guckt gerade sehr stark auf diesen Wirtschaftsindikator, ist die Arbeitslosenquote. Und hier sehen wir tatsächlich, dass die Arbeitslosenquote gerade wieder anzieht. Blenden wir an dieser Stelle auch für euch ein. Ihr könnt das sehen, dass wir da jetzt wieder so einen Trend nach oben gerade ausbilden. Und eine steigende Arbeitslosenquote ist oft etwas, was auch mit einhergeht, wenn wir in eine Rezession rutschen. Ihr seht es hier auch, hier ist immer wieder mal dieser graue Bereich eingeblendet bei der Grafik. Und da seht ihr, die Arbeitslosenquote ist gestiegen und auf einmal hatten wir auch eine Rezession. Und das ist ja auch ganz logisch, wenn halt einfach mehr Leute arbeitslos sind, dann sinkt auch das Bruttoinlandsprodukt, weil halt einfach weniger Leute arbeiten und es der Wirtschaft insgesamt nicht so gut geht. Also das ist gerade etwas, wo die FED auch vermehrt drauf guckt und auch gesagt hat, wenn das jetzt hier sich zu stark entwickelt, dann wird die FED auch reagieren. Und da wird es spannend, ob um 0,25 Prozentpunkte dann die Zinsen gesenkt werden oder eben gleich um 0,5 Prozentpunkte. Es gibt einen Indikator, der viele Faktoren zusammenfasst und hier wird dann geschätzt, wie wahrscheinlich ist es, dass wir in eine Rezession in den USA kommen. Und für August 2025 liegt die Wahrscheinlichkeit bei 61,79 Prozent. Und die ist auch stark gestiegen. Also ich hatte das Ganze mir schon mal in der letzten Woche angeguckt, da lagen wir noch bei 56 Prozent. Dann sind die Arbeitsmarktdaten reingekommen und die Wahrscheinlichkeit ist gleich auf 61,79 Prozent gestiegen. Und das sieht man ja auch in den Medien. Es gibt immer mehr Medien, die gerade über diese Sorge berichten. Ausgelöst wurde dieses Ganze eigentlich zum Russland-Ukraine-Konflikt, wo dann tatsächlich die Zinsen so stark gestiegen sind und sich auch die Geldmenge reduziert hat. Ich blende euch hier mal die Geldmenge M2 der USA ein und ihr seht, dass die wirklich Jahr für Jahr stark erhöht wird. Also ihr seht hier wirklich so eine exponentielle Entwicklung. Auch die Geldmenge insgesamt erhöht sich. Auch die Staatsverschuldung der USA erhöht sich. Und diese Geldmenge, die war da tatsächlich das erste Mal seit vielen Jahren rückläufig. Und das ist sehr schlecht an sich für die Wirtschaft, wenn erst mal weniger Geld im Umlauf ist. Dazu muss man auch sagen, dass sich vor Corona oder während Corona halt auch die Geldmenge so schnell wie noch nie erhöht hat. Dementsprechend tut das vielleicht auch der Inflation ganz gut, dass hier dann gegengesteuert wurde. Langfristig ist es nämlich so, dass die Geldmenge sich im Schnitt pro Jahr um circa 6% in den USA erhöht hat, was schon ordentlich ist. Und da ist auch dieser Punkt, wo läuft das ganze Geld rein? Ja, das sorgt halt dafür, dass halt einfach mehr Geld im Umlauf ist und dass dadurch halt auch Inflationsrisiken höher werden oder zumindest Aktienkursbewertungen höher werden oder vielleicht auch einfach mehr Anleihen gekauft werden. Weil irgendwo muss dieses neue Geld ja hin. Entweder geht es in die Realwirtschaft oder es geht in den Aktienmarkt oder zum Beispiel in den Anleihenmarkt und sorgt dafür, dass dann dort die Bewertungen halt einfach steigen. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat und ihr einen Mehrwert seht, dann lasst gerne an dieser Stelle kostenfrei ein Abo auf diesem Kanal da und lasst auch gerne ein Like da. Und kommentiert auch bitte, welches dieser drei Szenarien, also das Softlanding, Hardlanding oder die Stattflation, welches der Szenarien haltet ihr für am wahrscheinlichsten. Schreibt das unbedingt in die Kommentare, dass wir da so ein bisschen in die Diskussion kommen können, weil es ist ja alles möglich. Entweder wir haben dieses Softlanding und es geht alles positiv aus oder wir haben ein Hardlanding oder halt eben die Stattflation in Kombination mit hoher Inflation. Schreibt das bitte unten in die Kommentare. Was haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Warum ist es jetzt so, dass eine Rezession immer dafür sorgt, dass die Aktienmärkte auch einbrechen? Dafür habe ich hier eine spannende Grafik eingeblendet, wo wir sehen, wie sich einmal die Aktienkurse entwickeln und auf der anderen Seite, das ist die blaue Linie, die Aktienkurse und auf der anderen Seite haben wir hier eine orangene Linie eingeblendet, wo wir die Earnings per Share eingeblendet haben für den S&P 500. Also die Earnings per Share, das ist eine wichtige Kennziffer im Aktienbereich, wo halt einfach gemessen wird, wie viele Gewinne kommt auf jede Aktie, die halt ausgegeben ist und das wird dann hier von einem S&P 500 Unternehmen, der Gewichtung halt eben zugerechnet, sodass wir halt für den S&P 500 wissen, wie viele Earnings werden pro Aktienanteil dann hier erwirtschaftet. Genau, und das sehen wir hier in Orange, da haben wir dann immer die Earnings per Share und wenn die steigen, dann steigen auch die Aktienkurse. Und wenn dann hier aber die Unternehmensgewinne, also die Earnings per Share einbrechen, das hatten wir zum Beispiel hier 2001 herum zur Dotcom-Blase, dann fallen auch die Aktienkursbewertungen. Danach sind wieder die Earnings hochgekommen, auch der Aktienmarkt hat sich erholt. Dann 2008, 2009 herum, die Weltwirtschaftskrise, da sind die Earnings sehr stark eingebrochen, sind auch die Aktienkurse gefallen. Dann hatten wir wieder eine Erholung für eine lange Zeit und da sind auch die Aktienkurse dann gestiegen. Corona hatten wir dann tatsächlich wieder fallende Gewinne auf Unternehmensseite und die Kurse sind eingebrochen. 2022 herum sind auch die Unternehmensgewinne eingebrochen und es ist kein Wunder, auch die Aktienkurse sind halt wieder eingebrochen. Und dementsprechend ist es da halt einmal ganz wichtig, darauf zu achten, wie entwickelt sich jetzt die Realwirtschaft. Weil wenn wir in eine Rezession kommen, dann fallen halt auch die Gewinne der Unternehmen, die in so einem S&P 500 Index gelistet sind. Und da haben wir eine ganz, ganz hohe Korrelation immer zwischen steigenden Unternehmensgewinn und steigenden Aktienkursen und auch umgekehrt. Gucken wir uns jetzt noch einmal auch die Erwartungen an für den S&P 500, was hier die Earnings angeht. Und da sehen wir, dass bis 2025 tatsächlich steigende Earnings pro Share gerade noch erwartet werden. Also die Analysten sind da tatsächlich noch optimistisch und gehen davon aus, dass dann tatsächlich die Gewinne pro Aktienanteil im Schnitt steigen werden. Im Nasdaq 100 haben wir jetzt gerade zum Beispiel Earnings per Share in diesem Jahr von 620,47. Und im nächsten Jahr, für die nächsten zwölf Monate, wird erwartet, dass die Earnings bei 761 liegen werden. Also das ist schon eine massive Steigerung von 140 Euro an Earnings. Das bedeutet, dass halt wirklich sehr viel Wachstum gerade in dem Markt eingepreist ist. Und wenn das so kommt, dann sieht es auch erstmal sehr positiv aus. Sollte jetzt die Wirtschaft wirklich abkühlen, dann wird es spannend zu sehen, ob das auch wirklich so passiert. Weil wenn die Erwartungen hoch sind, dann sind auch meistens die Bewertungen hoch. Das sehen wir hier auch beim Nasdaq 100, das Vorwort PI hier mal eingeblendet. Da sind wir gerade so in dem Bereich von 26, 27. Und das sind historisch gesehen schon auch höhere Bewertungen. Und wenn jetzt halt eben das Wachstum einbricht, dann fallen die Bewertungen und die Unternehmensgewinne brechen ein. Das ist so eine Konstellation, da haben wir dann oft auch wirklich größere Korrekturen am Markt von 30%, 40% oder auch 50% sind in solchen Szenarien nicht ausgeschlossen, weil wir halt eben einmal die PI-Ratios haben, die kleiner werden und die Unternehmensgewinne brechen ein, sodass halt auch die Aktienkursbewertungen stark fallen. Wo wir die Grafik hier gerade eingeblendet haben, ihr seht hier zur Dotcom-Blase, da waren wir hier beim Vorwort PI im Bereich von 100. Und das möchte ich jetzt hier kurz auch noch einmal aufgreifen, weil man hört ja auch immer vermehrt, jetzt haben wir gerade diese KI-Bubble vielleicht, die sich ausbildet. Und das ist ja wie in der Dotcom-Blase damals. Und da möchte ich hier nochmal drauf eingehen, nee, das sehe ich noch nicht ganz so. Ich meine, zur Dotcom-Blase, da hatten wir hier wirklich Bewertungsniveaus, die noch viel, viel höher waren. Heute sind wir bei 26, damals in der Spitze bei über 100 bei diesem Vorwort PI. Also da finde ich den Vergleich nicht ganz richtig. Die Bewertungen damals waren deutlich, deutlich höher, als sie es heute sind. Ich habe es schon zwischendurch einmal gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, welches Szenario findet ihr am wahrscheinlichsten. Ist es das Soft-Landing, das Hard-Landing oder ist es die Starkflation? Schreibt das bitte unten in die Kommentare und lasst auch gerne ein Abo auf dem Kanal da, damit ihr in Zukunft die Videos nicht verpasst. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.